So, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Wir werden jetzt gegen eine Erscheinung und ein paar Bruxe kämpfen. Ich sollte mir Katze reinschütten. Das wäre eine gute... Ach, ich habe hier an der Seite direkt... Oh, Alp. Okay. What? und was ich liebe das finisher sind super halt aber auch einiges aus so ich hoffe der fakt ist nicht sofort wieder an mir zu labern ich will erst plündern hat er will sowieso erst mal die rüstung wahrscheinlich haben gott sein kann ich das buch schon weil sonst könnte ich nicht plündern aber ich wette ich muss hier gleich noch mal zurück um irgendeine quest zu erledigen wette ich drum so schaut's aus berenga ist jetzt da lang das heißt wir gehen hier schauen uns erst mal hier um da ist nämlich zum beispiel eine truhe unsere tasche ist gleich komplett gefüllt das gefällt mir eigentlich gar nicht wie ich hätte so erst eigentlich in die stadt gehen sollen es ist nicht gerade schlau was ich hier tue na egal wir haben eigentlich genug shit den wir wegschmeißen können falls war wirklich uns die taschen so voll hauen okay weiter weiter ins verderben so guter stil aber nicht perfekt bei einer halben drehung sind eure lenden ungeschützt das kann ich mir nicht vorstellen ich zeige es euch wenn wir hier raus sind ich will nicht über schwertkampf reden was wisst ihr über die salamandra er kommt gleich zur sache wisst ihr warum ich lache gerald nein ich lache über euch ihr seid ein typischer hexer schnell tödlich und so sehr von euch überzeugt unerschütterlich davon überzeugt was recht ist denkt ihr ihr seid besser als ich keine ahnung aber ich will nicht mit euch kämpfen so ist es richtig der kodex verbietet es passt auf da kommen sie wieder okay ich will mich eigentlich erst mal umgucken hier und batz finisher moves sind hier am besten weil man sieht ich mache nicht besonders viel schaden auf dauer und quatsch aber bringer macht auch nicht viel mehr schaden der macht gar keinen schaden der kerl der will mir was über schwertkampf erzählen ja die alle direkt wieder auf ok jetzt läuft er wieder vor der kerl geht mir voll auf den senkel ich will ihn in ruhe alles durchsuchen zum beispiel diesen schönen sarkophag gerald was tust du ach toll schwarzpulver ich hatte deswegen was cooles drin ach jetzt fängt er wieder an zu labern das war zu einfach berengar ich habe nicht vor mich von ein paar bruxell töten zu lassen wenn es das ist worauf ihr spekuliert reden wir wer sagt dass ich mit euch reden will wollt ihr mich zwingen das hatte ich nicht vor ich dachte mir da wir beide hexer sind würden wir eine einigung erzielen können für mich seid ihr nicht besser als dieser schurke von professor ihr seid nur noch scheinheiliger also habt ihr doch mit den salamandra zusammengearbeitet das habe ich nie gesagt verdammt okay sonst ist hier nichts was man irgendwie öffnen könnte nicht mal die leichen an dem moment wir sind im kampf aah ne erscheinung gefällt mir alles gar nicht ja scheiße jetzt haben die mich gelähmt er sieht können wir uns unterhalten von mir aus aber nicht hier gehen wir raus setzen wir uns an mein feuer endlich sieht er mich jetzt automatisch ach dachte schon würde mir echt auf den senkel gehen da war doch irgendwo noch die erscheinung aha hier sonst noch was eine Truhe mit Uren drin ja gut dann wieder raus ja sonst war hier wirklich nichts ist ja lame die Gruppe ist genauso lame wie Beringa ey auf immer vorzurennen Junge Gott gehst du mir auf den Sack Alter verdammtes Hexerschicksal oh jetzt fängt er auch noch an rumzuheulen wir können am feuer reden ja dann setz dich hin wir können am feuer reden du sitzt doch am feuer wir können am feuer reden ich hallo ah also was gibt es so dringendes ich fange am besten am Anfang an in welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra was zur Hölle die Geschichte ist schnell erzählt sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht das ich nicht ablehnen konnte ihr wisst schon sowas wie hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier ich habe getan was ich tun musste es ist witzig sie erinnern mich an Hexer ich hatte nie eine Wahl weder bei denen noch bei euch erst machten mich die Hexer zum Mutanten dann machte mich der Professor zum Verbrecher ein doppelt Ausgestoßener ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen sie haben nichts von mir erfahren ich habe niemanden verkauft und dann kam ich hierher es heißt ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Wodja Neu lösen was haben sie euch geschickt um einen Vertrag aufzulösen soll mir recht sein nehmt ihn was für einen Vertrag den Vertrag zwischen den Menschen und den Wodja Neu Frieden zu stiften beide Seiten kamen zu mir ich will damit nichts zu tun haben und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende höre ich da etwa Neid? macht euch nicht so wichtig ich verachte Menschen wie euch zutiefst schweift nicht ab mein Rat löscht eine der zwei Seiten aus dann ergibt sich der Rest oh toll ihr habt eine Rüstung erwähnt kennt ihr die Legende nicht? ich dachte jeder Hexer hätte davon gehört erzählt mir davon wie Legenden nun mal so sind berichtet die Legende von einem großen Krieger sie ist noch langweiliger als Ritterspons Ballade über euch auch wenn das kaum möglich scheint unser Held trug zwar eine Rüstung wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an war er ein Hexer? wer weiß das klingt interessant man nannte ihn Rabe er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten in ihren geheimen Werkstätten unter dem Karbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung perfekt für einen Hexer eine legendäre Rüstung vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen viel Glück vermutlich wurde Rabe in ihr begraben schon seit lang durchsuche ich Friedhöfe um sie zu finden kennt ihr jemanden der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder und er kennt die Legende ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen das werde ich tun ja? wisst ihr wo ich den freundlichen Priester der Vodja neu finden kann? beim Altar der Herren des Sees am Ufer manchmal jagen ihn die Anhänger Dargons fort ja ich kenne das ja mit dem haben wir ja schon geredet ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt ja eure Lenden sind ungeschützt wenn ihr eine halbe Drehung macht jeder Anfänger würde das bemerken ich weiß sogar warum würde es euch was ausmachen es mir zu erzählen? um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können müssen beide Beine gesund sein eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht möglich so ist das eben lebe durch das Schwert stirbt durch das Schwert ok ja dann das war ja interessant nicht abgesehen von der Rüstung haben wir jetzt wirklich nicht viel erfahren naja naja der Gruft waren wir jetzt dann gehen wir jetzt zum Dorf hier gibt es hier noch was? ne nicht wirklich ja Rittersporn ja Rittersporn wie kommt ihr denn hierher? per Teleportation Triss hat mich auch teleportiert das war so aufregend ich wollte schon immer wissen wie sich das anfühlt das hat sie für euch getan? sie muss einen guten Tag gehabt haben und warum hat Triss euch teleportiert? sagen wir sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes interessant vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort Triss sagte wir sollen hier bleiben bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt euch die Kehle aufzuschlitzen da muss ich ihr wohl zustimmen dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort in Prosa wenn es euch nichts ausmacht es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair die Bauern wirken vollkommen glücklich und die Bäuerinnen geht es vielleicht etwas genauer Rittersporn? nun es soll eine Hochzeit geben Alina des Bürgermeisters Tochter wird Julian heiraten einen reichen Kaufmann aus Kovir und dann wären da noch die Wodja neu oh Alina kümmert sich um Alvin um unseren Alvin? ja außer er hat einen Zwillingsbruder Rittersporn ja oh da fällt mir etwas ein Triss sagte ihr sollt auf ihn aufpassen weil andere hinter ihm her sind oder so ähnlich noch etwas? ich glaube nicht und jetzt gehe ich zur Taverne zu einer schönen Maid die mich aufzumuntern versteht alles klar äh haben wir ja Karte so Haus des Bäckers Alinas Haus Gasthaus ich gehe erstmal zum Gasthaus bevor ich äh Alvin besuche mag sich zwar fies anhören aber ich will auch ein paar Sachen jetzt abschließen äh hier ist schon alles für die Hochzeit geschmückt die Reise hierher war sehr lang jetzt brauche ich was zu trinken Bauer 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 alter Bauer ist euch die Herrin des Sees erschienen? ja ich habe sie gesehen äh ich habe nicht genug Platz um die ganzen Tafeln Dinger aufzunehmen umherziehende Gauner haben meine Katze verjagt schlimm ähm ist hier irgendwo eine Tür 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 Komm mal Hallo Tür Ach da meine Güte ist aber gut versteckt ey wir sollen äh Gäste die nicht aus dem Ort sind wissen wie man hier reinkommt ruchische Architektur was war hier? nun weder ah Schankwürttel willkommen seid ruht euch aus wenn ihr müde seid solltet ihr etwas essen oder trinken werde macht es euch danke ich habe ein paar Fragen fragt Reisender was hat es mit dieser Siedlung auf sich Trübwasser wir leben abgeschieden Tobias Hoffmann ist unser Anführer wisset auch dass unsere Vorfahren einst in der Unterwasserstadt wohnten erzählt mir von Tobias er lebt im Dorf und bereitet eine Hochzeit vor daher dürfte er keine Zeit haben ich rede trotzdem mal mit ihm wenn er beschäftigt ist redet mit seinem künftigen Schwiegersohn Julian danke für den Rat ja mit dem muss ich wieder reden ich habe ein paar von fragt was trüb was erzählt er lebt im ich rede wenn er besch danke für kann ich euch helfen le ja ausruhen brauchen wir uns ja jetzt gerade nicht Spieler ja ja ihr das ist noch vorsichtig ausgedrückt ich liebe jede Art von Spielen in denen es um Risiko und Glück geht weibliche Spieler sind selten genau wie Männer die so neugierig wie Waschweiber sind es tut mir leid aber wenn ihr kein Interesse an einem Spiel habt verschwendet ihr nur meine Zeit alles klar alles klar das sind aber kleine Einsätze ne ok da wird hm hm scheiße die hat höhere Parra als ich das ist nicht irgendwie trotzdem mal fett und verwürfel mal ne 3 da kommt 2 oder 1 6 wow ja die hatte sowieso schon gewonnen jetzt 2 2 4 4 nichts nochmal erhöhen 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 4 4 ok und nochmal 3 haben wir sie aber auch uh das könnte jetzt knapp werden das wird ne knappe Kiste wirklich jetzt so 3 3 3 3 kommt schon oh das kann doch nicht wahr sein naja egal noch ein paar ist in Ordnung ich hoffe die kriegt hier jetzt keine 3 ah ja sehr schön dritter Sporn spielt da ich kämpfe in der Zeit mal soll 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 na los doch ja komm an klagt nicht ihr Mimme ja das war schon das ging ja schnell da ist ein Profi gegen den will ich kämpfen wer ist das denn? der berühmte Weiße es wäre ja 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 der oh ja ja und das geht ja alles ziemlich schnell Hallo ich Ich Na komm Na hallo Wer will einer aufs maul Na der konnte wenigstens Treffer landen Jaja Hauptsache kriegt man Geld, der fällt Ich habe gehört, dass ihr Butterbohnen und Fettfried besiegt habt Und Gablodder Ich suche einen würdigen Gegner Dann seid Willkommen Man Interessiert mich nicht Ich bin dabei Moment Was? Achso, ich habe den Gefühl schon gewonnen Bevor ihr eure Mitwege Geht in den Sumpf Da trefft ihr den Namenlosen Äh, ich nehme das Geld Okay, ein weiterer Faustkämpfer Alles Sehr interessant Ja Was ist nach meinem Verschwinden in Visima passiert? Weiß nicht Ich bin kurz nach euch aufgebrochen Aber ich habe gehört, ihr hättet ein ziemliches Blutbad angerichtet Manchmal Ist es erforderlich zu töten Nehmt es mir nicht übel Aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Die Salamandra und ihresgleichen haben den Tod verdient. Ich urteile nicht über euch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das tue ich. Geralt? Also, worum geht es in eurer neuen Ballade? Sie wird ein Meisterwerk der Dichtkunst. Spannend, beängstigend, romantisch. Und die Geschichte? Anrührend und direkt aus dem Leben. Ich habe meine Meinung geändert, versteht ihr? Dichter müssen nichts ausschmücken. Das Leben ist bunt genug. Ihr wollt über Bauern schreiben, die auf den Feldern arbeiten? Rittersporn, ich kenne euch gut genug um. Nicht so gut, wie ihr glaubt. Ihr werdet schon sehen. Okay. Bis später. Wenn er meint. Achso, das war die. Eine geräumige Taverne habt ihr. Was? Glaubt ihr etwa, in diesem Land ist alles klein? Das war nicht böse gemeint. Wie kann ich euch helfen? Äh, wo ist der Dorfbürgermeister? Wo ist der Dorfbürgermeister? Im Dorf gibt's eine große Hütte, wo der Bürgermeister seine Zeit verbringt. Aber er wohnt in einer anderen großen Hütte, also... Ich finde sie schon. Wie kann ich euch helfen? Gibt's interessante Neuigkeiten? Es gibt eine Hochzeit. Unsere Alina, die Tochter des Bürgermeisters, heiratet einen Mann aus der Stadt. Julian ist sein Name. Er wohnt hier in meinem Gasthaus. Eine Sache noch. Ja? Ähm, Zimmermieten? Ihr kennt bestimmt einige interessante Geschichten. Natürlich. Ich bin Schankwirt. Ähm, vor langer Zeit lebte ein Mädchen in einem fernen, fernen Land. Sie war eine echte Prinzessin, Zauberin und Hexerin. Alles drei? Ist das nicht ein bisschen viel? Unterbrecht mich nicht. Wollt ihr die Geschichte hören oder nicht? Ja, erzähl. Ich unterbreche euch nicht mehr. Eine Geschichte über das Schicksal könnte sich als nützlich erweisen, Hexer. Sie wurde als Prinzessin geboren. Es fehlte ihr an nichts. Sie hatte liebevolle Eltern und eine Großmutter, die als große Königin galt. Sie lebte in Palästen und wurde von Hunderten von Rittern beschützt. Alle dachten, dass sie eine mächtige Königin werden würde. Doch das Schicksal wollte es anders. Ihre Eltern starben. Feinde erschlugen ihre Großmutter und eroberten das Reich. Doch die Prinzessin überlebte. Ihr Schicksal wurde an das eines bestimmten Hexers gekettet. Sie fand eine neue Familie in Kaer Morhen, der Festung der Hexer. Dort lernte sie zu kämpfen. Doch abermals meldete sich die Vorhersehung zu Wort. Das Mädchen besaß eine Begabung für die Magie. Sie war eine Quelle. Die Hexer fürchteten die unkontrollierte Macht einer Quelle und benötigten eine... Ah, Moment, die reden über Ciri. Sie studierten Arcane Magie. Die Zauberin liebte einen Hexer und die beiden adoptierten das Mädchen. Sie war wahrhaft glücklich und hätte eine mächtige Zauberin werden können. Aber der Krieg brach aus und das Schicksal trennte die Familie. In seinem Kummer schwor das Mädchen der Magie ab und wurde eine Jägerin. Sie lernte, das Töten zu lieben. Der Tod folgte ihr. Alle, die sie geliebt hatte, waren... Das Schicksal spülte die junge Frau an ferne Gestade, doch sie kehrte zurück. Der übelste Meuchelmörder verfolgte sie, doch sie bezwang ihn. Agenten aller Königreiche hetzten sie, doch keiner wurde ihrer habhaft. Und als sie all ihre Feinde getötet hatte und endlich wieder Frieden einkehr hielt, fanden sie, der Hexer und die Zauberin erneut zusammen. Doch das Schicksal verhöhnte sie abermals. Was ist passiert? Ein Bauer, der gar nichts von Waffen verstand, tötete den Hexer. Die Zauberin starb, als sie versuchte, ihn ins Leben zurückzuholen. Das Mädchen konnte nichts tun, da es der Magie abgeschworen hatte. Und so nutzte die Prinzessin, die nicht herrschen durfte, die Hexerin, die gegen Menschen kämpfte, und die Zauberin, die keine Zauber wirken konnte, ihre Macht, um diese Welt zu verlassen. Ich spüre, dass ihr mir nicht alles gesagt habt. Alles, bis auf eines. Ihr Name lautete Cirilla. Was spielt das für eine Rolle? Es geht um Ciri, Yennefer und Geralt. Eine Sache noch. Ja? Ähm. Ihr seht... Der krumme Lut und Bodo Backenzahn haben eine Kiste des besten Feuerwassers gestohlen. Bringt sie mir wieder... Welches Artefakt? Das war ein Scherr. Nicht gerade lustig. Eure Frage erinnerte mich an ein paar alte... Hm. Wie kann ich euch helfen? Ein... Ja? So, erstmal gucken, was wir hier verstauen können. Das können wir verstauen, den ganzen Alkohol können wir verstauen. Zwei Feuersteine weg damit. Und der Rest wird wieder verkauft. So, wie man es gewohnt ist. Das lagern wir auch erstmal ein hier. Moment, können wir das ja eh nicht verkaufen. Alles klar. War hier nicht irgendwer, der was kaufen wollte, würde... Kellnerin, da. Damit weg. Weg damit. Weg damit. Weg. 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 Alles raus aus dem Inventar. Damit ich irgendwie wieder Platz hab hier. Sehr schön. Weg. Achso. Zwei Schankwirte? Das Gasthaus gehört Mama und Papa. Mama will nicht, dass ich mit Fremden rede. Als Kellnerin müsst ihr doch mit Fremden reden. Oh nein. Zu uns kommen nur Stammgäste. Jetzt hab ich euch erwischt. Ich bin ein Fremder. Ihr seid Gerald von Riewach. Meister Rittersporn sang eine Ballade über euch. Daher seid ihr mir bekannt. Ihr habt mich erwischt. Wie kann ich helfen? Äh, okay. Äh, ja. Gebt auf euch acht. Okay. Äh, ja. Dann können wir jetzt eigentlich wieder raus hier, oder? Ach nee, da ist Julian. Warum blotzt ihr schon? Seid gegrüßt, Hexer. Ich hab viel Gutes über euresgleichen gehört. Das ist ungewöhnlich. Meist behandeln mich die Leute wie einen Aussätzigen. Nicht in meinem Haus. Als Kind hörte ich viele Geschichten über einen Hexer, der meinem Großvater für einen Silbergroschen das Leben rettete. Das muss eine Weile her sein. Ich bin Geralt. Oh ja, okay. Oh ja, in den alten Zeiten. Ich bin Julian. Es ist mir ein Vergnügen. Oh ja, okay. Ich habe Berengas Auftrag übernommen. Und will das Problem selbst lösen. Hört her, ich bin mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie zeitaufwendig das ist. Kommt später wieder. Okay. Erzählt mir die Geschichte eures Großvaters. Mein Großvater, möge Militele über seine Seele wachen, besaß ein Stück Land. Ein felsiges, eisiges Tal im Norden Koviers. Und ein verlassenes Kohlebergwerk ohne Kohle. Großvater sagte immer, in dem Tal sei ein Schatz verborgen. Er hat jeden Tag hart gearbeitet, um diesen Schatz zu finden. Anfangs nahmen viele seiner Aufträge mit Freuden an und halfen. Aber bald wurde jedem klar, dass Großvater verrückt war und es gar keinen Schatz gab. Als er 47 war, hatte er Räumer und eine Sammlung Bobolachsgalbs über dem Kaminsims. Da ging er vor Gram überwältigt hinaus. Er verfluchte den Himmel und verwünschte alle bekannten Götter in der unfletigsten Sprache. Die Götter antworteten ihm. Ein schreckliches Grollen ertönte und eine Lawine stürzte ins Tal. Großvater kam wieder zu Bewusstsein, grob sich aus dem Schnee und sah etwas, das sein Leben veränderte. Das ganze Tal funkelte. Funkelte so schön, dass er fast die Bestie übersehen hätte, die stampfend auf ihn zukam. Großvater floh, aber nicht bevor er einen der seltsam funkelnden Steine aufgehoben hatte. Kurz gesagt, er entkam. Als er vom Berg herabstieg, begegnete er einem Hexer. Der Einwilligte das Ungeheuer, für einen Silbergroschen zu töten. Sie kehrten ins Tal zurück, wo der Hexer die Bestie erschlug. Der Hexer sah natürlich den Reichtum, der in diesem Tal lag, verlandte aber nicht mehr als den vereinbarten Groschen. Großvater vertraute ihm und wusste, dass früher oder später jemand kommen würde, um sich den Schatz zu holen. Denn der Schatz in diesem Tal war riesig, Geralt. Diamanten vorkommen, deren Abbau Jahre erforderte. Sie wurden Partner. Der Hexer beaufsichtigte die Arbeiter, tötete Ungeheuer und verjagte Banditen, während Großvater das Geschäft führte. Er ist eine Legende in Kovir und meine Familie ist wohlhabend und angesehen. Das ist die ganze Geschichte. Interessant. So, den Rest erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017